Vali Romero. Na, mal ein anderer Eingang als sonst und ein interessantes Element, das hat Natalia Jurchenko mal gemacht und an den Balken transformiert ein Hüftumschlung. 29,325. Na, der Impul am Boden wird um 9,575. Na, der 3. Messe, Anna Maria Vecchum, Romero. 29,225. Na, 4. Messe, Elena Vecchum, Russiina. 23, 10. Na, 4. Messe, Elena Vecchum, Russiina. 29,1,0. Na, 5. Messe, Elena Vecchum, Russiina. Das haben wir schon häufig gesehen heute, diesen Sprung rückwärts, der war mal verblüffend neu vor kurzem noch und jetzt haben das schon viele Turnerinnen in ihrem Programm. Gleich nochmal. Und auf der 6. Messe, Angelique, Romero, 29,0,0,0. Abgang. Und doppelt die Schraube.